Viel zu unruhig. Gehen Meter hoch, da ist Bodeneffekt und halten in der Stelle auf der Stelle. Arsch zu dir, bis der Akku leer ist. Bleib oben, Meter über dem Boden. Immer den Hintern zu dir. Ist egal, weiter, passiert nichts. Immer den Hintern zu dir, dann kannst du vorwärts, rückwärts versuchen. Ist egal, hol zurück. Hoch und zu, nee.